Hey Leute, ich wollte euch nur mal kurz darüber informieren, dass ich mir gerade Final Fantasy XII The Zodiac Age bestellt habe. Denn ich habe nämlich in den letzten Tagen bzw. Wochen einen kleinen Minijob gehabt und von dem Geld habe ich mir jetzt quasi das Spiel gekauft. Also ich wollte eigentlich erst mir Crash Bandicoot holen, die Insane Trilogy, habe dann halt mal Final Fantasy XII eingeworfen, also ich habe ja das Originalspiel hier, dachte mir einfach mal, yo, ich teste das mal kurz an, ganz kurz, nur um zu schauen, lohnt sich das, wie war denn das damals vor 300.000 Jahren? Und ja, dann saß ich da plötzlich und es sind 6 Stunden vergangen und da dachte ich mir, good job, das ist ja Wahnsinn. Und ja, mich haben einige Sachen während diesen 6 Stunden tatsächlich gestört, die jetzt mit der Playstation 4 Version verbessert werden sollen, die jetzt anscheinend wirklich besser gemacht wurden. Und von daher habe ich es mir jetzt einfach bestellt und ich dachte mir einfach mal, ich erzähle das euch für den Fall, dass ihr vielleicht Bock habt, euch einen FF12 Let's Play anzuschauen und das vielleicht noch nicht angefangen habt. Also kann ja sein, dass ihr vielleicht gerade bereits schon angefangen habt, bei irgendjemandem zu schauen und ihr euch vielleicht jetzt so denkt, yo, ich schaue es lieber bei dir. Kann ja sein. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ja, vielleicht wollt ihr euch auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn vielleicht so gerne präferieren würdet an Jobs und Charakteren. Ja, also ich habe da schon so ein paar Ideen, aber bin mir da noch nicht hundertprozentig sicher. Ja, also vielleicht habt ihr da ja ein paar Ideen oder vielleicht sind im Allgemeinen ein paar Experten unter euch, die dann mir auch vielleicht ein bisschen helfen wollen, denn ich würde das ganz, ganz gerne auf hundertprozentig machen. Also Platin Trophy und so, ne. Ich weiß noch nicht, wann es kommen wird, ne. Aber es wird auf jeden Fall kommen. Das ist nur mal so. Ja, also nur damit ihr Bescheid wisst. Ich bin nicht untätig. Ich lade manchmal eine Woche lang nichts hoch oder zwei Wochen, aber ich bin auf jeden Fall nicht untätig. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.